In diesem Video schauen wir uns die wichtigsten Änderungen zum Modern Warfare 3 Release an, die Integration von MW3 in das aktuelle und bestehende Warzone, was uns endlich am Mittwoch bevorsteht. Möchtest du nichts mehr verpassen, egal ob es um Modern Warfare 3 oder Warzone geht, lass mir auf jeden Fall den Daumen nach oben da, abonniere hier unten meinen Kanal, mich würde es riesig freuen, wir starten durch mit den relevantesten Informationen rund um die Integration. Wir beginnen mit der neuen Karte Ursixtan, die wird uns mit der Season 1 direkt zur Verfügung stehen. Die bestehende Battle Royale Karte Almasra wird gestrichen, die werden wir nicht mehr spielen können, dafür aber die neue Karte Ursixtan, die einfach Almasra ersetzen wird. Weiterhin bestehen bleiben werden die Wiedereinstiegsmaps, also sowohl Wondel, aber auch Ishika Island werden wir weiterhin spielen können. Die Playlisten, die uns mit dem Release zur Verfügung stehen werden, hören sich ganz gut an. Also zum Start der Season 1 werden wir natürlich Battle Royale spielen können auf der neuen Karte Ursixtan, außerdem Wiedereinstieg und Plunder. Als kleine Besonderheit wird uns auch direkt ein Wiedereinstiegsmodus auf Ursixtan zur Verfügung stehen. Das dann nicht auf der gesamten Map, sondern auf einzelnen Teilen der Karte, nämlich auf Orlov Military Base, Popov Power und Saravan. Also auch wie wir es aus Almasra schon kannten, Teile der ganz großen Karte werden dann einfach als Wiedereinstiegsmodus nochmal als jeweilige Playlist angeboten. Eine ganz interessante Idee, wo man auf jeden Fall auch nochmal die Karte kennenlernt, wenn man jetzt nicht so der Battle Royale Spieler ist, sondern eher auf den Wiedereinstiegsmodus steht, dann lernst auch du die neue Karte kennen, indem du auf den jeweiligen Teilbereichen unterwegs bist. Während der Season erhalten wir dann noch den Modus Lockdown. Auch der ist uns bekannt und eignet sich ziemlich gut zum Waffenleveln, aber wie gesagt, das Ganze erstmal während der Season. Ein großer Punkt des Updates wird auf jeden Fall die Movement Änderung sein. Wir bekommen das Modern Warfare 3 Movement zukünftig auch in Warzone und das beinhaltet zunächst das Slide Canceln. Slide Canceln ist wieder möglich in einer etwas abgeänderten Form, so dass der Taktik Sprint nicht jedes Mal nach dem Slide Canceln wieder resettet wird. Dennoch ist die gesamte Mechanik des Slide Cancelns ein maximaler Gewinn für ganz Warzone. Außerdem werden wir dann die taktische Haltung aus Modern Warfare 3 erhalten und das Anvisieren während des Slidens. Auch das wird zukünftig wieder möglich sein. Eine kleine Änderung, die ebenso das Movement betrifft, ist Stim. Denn Stim bietet dir zukünftig den kleinen Boost in deiner Bewegungsgeschwindigkeit. Du bist damit also ein Stück weit schneller unterwegs, um vielleicht den ein oder anderen Haken mehr zu schlagen, um den Gegner dann von der Seite wegzuholen oder vielleicht im letzten Moment noch vom Gegner weglaufen zu können. Diejenigen, die schon ein bisschen länger bei Warzone mit dabei sind, kennen es schon aus dem allerersten Teil und es ist auf jeden Fall ein schönes taktisches Element, was man in den Gunfights einsetzen kann. Neben den Movement Änderungen gibt es noch weitere Dinge, die im Großen und Ganzen wirklich zum Positiven gewendet wurden. Unter anderem erhalten wir zukünftig eine Backup-Pistole, die du immer automatisch dabei hast, wenn du im Wasser unterwegs bist oder wenn du die Leiter hochkletterst. Das ist keine Pistole, die man gesondert ausrüsten muss, sondern du hast sie automatisch immer dabei, sobald du im Wasser bist oder an der Leiter hängst. Diese Pistole ist dann quasi die Waffe, die du nur im Wasser, aber auch irgendwie beim Hochklettern einsetzen kannst. Wasser ist hier auch schon das richtige Stichwort, denn auch das wurde nochmal überarbeitet. Sowohl als Spieler, der außen steht und ins Wasser reinschaut, siehst du Gegner im Wasser besser, aber auch wenn du selber am Schwimmen oder am Tauchen bist, kannst du Gegner außerhalb des Wassers besser sehen. Oder auch natürlich einfach Gegner, die gerade vor dir am Schwimmen sind. Außerdem wird die Gasmaske überarbeitet. Gefühlt hat man das schon zigtausendmal gehört, aber jetzt ist es möglich, manuell die Gasmaske auf- und abzusetzen. Der einzige Nachteil hierbei ist, wenn du es machst, brauchst du immer einen freien Slot im Inventar. Also solltest du das komplett zugemüllt haben oder die Übersicht darüber verloren haben, wie viele Plätze du überhaupt noch frei hast, könnte das relativ schwierig werden mit dem manuellen Auf- und Absetzen, aber ansonsten, die Gasmaske kannst du bald manuell steuern. Tränengas wird auch nochmal überarbeitet, also diese Gasgranaten, und zwar kannst du die jetzt mit der Gasmaske kontern. Ansonsten wird auch nochmal das ganze System mit der Munition überarbeitet. Denn jeder kennt das Problem, dass man Munition einsammelt, vielleicht sogar ein bisschen zu viel oder falsche Munition einsammelt, und plötzlich das gesamte Inventar voll mit unnötiger Munition ist. Zukünftig wird das Ganze so laufen, dass du extra Munitionslots hast. Du läufst also über die Munition rüber, sammelst Munition auf, aber hast sie nicht in deinem Inventar, sondern separat auf diesem Munitionsslot. Eigentlich genauso, wie wir es schon aus Warzone 1 kennen. Eine ziemlich gute und praktische Änderung. Auch die Kennzeichnung der Waffen wird überarbeitet. Und zwar wirst du zukünftig sehen, wenn Waffen auf dem Boden liegen, an der farblichen Markierung, wie gut diese Waffen sind, oder wie selten diese Waffen sind. Außerdem lassen sich auch über diesen Punkt Waffen unterscheiden, die aus Boxen kommen, also gespawnt sind, oder von einem tatsächlichen Spieler sind, der vielleicht getötet wurde und zufällig neben einer Lootbox liegt. Also wirst du zukünftig diese Waffen voneinander unterscheiden können, ob es echte Waffen von Spielern sind oder seltene Waffen aus den Lootboxen. Dann wird der Loot auch nicht mehr allzu eng beieinander liegen. Das Ganze wird ein bisschen mehr verteilt sein, sodass du einzelne Sachen besser aus dem Loot rauspicken kannst. Wenn du zum Beispiel einen Gegner getötet hast, musst du nicht erst 40.000 Mal versehentlich irgendwie was aufsammeln, um schlussendlich dann an den Gegenstand zu kommen, den du eigentlich haben wolltest. Ansonsten wurden dann noch die verschiedenen Aufträge überarbeitet, nämlich die Handys. Die werden uns bald nicht mehr zur Verfügung stehen, die werden ersetzt durch Laptops, die sind einfach größer und schneller sichtbar. Hoffentlich nimmt man die ganzen Aufträge dann auch nochmal ein Stück weit schneller an, sodass man das Handy bzw. Laptop dann nicht super lange in der Hand hat bzw. damit interagiert. Einfach, dass es ein bisschen flüssiger und schneller funktioniert. Auch die Minimap wurde verbessert und die Icons lassen verschiedene Sachen einfach deutlicher und besser erkennen. Außerdem die Red Dots, sprich die roten Punkte, die immer aufleuchten, wenn du am Schießen bist, ohne Schalldämpfer, kommen zurück. So wie wir es jetzt aktuell in MW3 haben, wird es auch zukünftig in Warzone funktionieren. Kommen wir jetzt zu den Extras, denn auch da gibt es einige Veränderungen, wie es zukünftig in Warzone 3 laufen wird. Denn wir erhalten Extras, die immer aktiv sind. Zunächst haben wir da die taktischen Polster. Damit kannst du einfach weiter rutschen und gleichzeitig während des Rutschens anvisieren. Kommandohandschuhe sorgen dafür, dass du beim Rennen deine Waffe nachladen kannst. Schnellgriffhandschuhe sind einfach dafür da, Waffen schneller durchwechseln zu können, also von primär auf sekundär Waffe und natürlich auch andersrum. Und Kletterstiefel, die, wie der Name schon sagt, einfach dafür sorgen, dass du schneller klettern kannst bzw. auch über Dinge schneller drüber springst. Also dieser kleine Move über so kleine Erhöhungen, die der Operator immer macht, auch die sind dadurch schneller. Und auch Overkill, das, wo wir eigentlich sonst immer ein Extra für hatten und dadurch halt einfach ein Extra-Slot zukünftig mehr frei haben werden, wird ständig verfügbar sein. Also du kannst immer eine Primär- und Secondary mitnehmen, zum Beispiel AR und MP in Kombination. Auch das ist immer aktiv. Auch in dem Blogpost, den ihr jetzt gerade hier im Hintergrund seht, wird nochmal bestätigt, dass das Extra-System so, wie wir es in Warzone aktuell haben, auch zukünftig bestehen bleiben wird. Also die typischen Extra-Kombinationen kannst du dir selber erstellen bzw. auch standardgemäß vorgefertigte nutzen, Extra-Pakete in-game von anderen aufsammeln oder auch deine eigenen wiederholen, wenn du zum Beispiel gestorben bist und nach dem Gulag wieder ins Spiel kommst. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass es bald auch noch neue Extras geben wird. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Das erste ist Irradiated und mit diesem Extra bewegst du dich im Gas schneller und nimmst gleichzeitig weniger Schaden. Super praktisch, gerade in diesen Situationen, wo es im Gas um Leben und Tod geht und ich glaube, jeder hatte schon mal diese Situation, wo er vom Gas überrannt wurde. Gerade zum Anfang hin ein sehr interessantes Perk, was in der ersten Zone mit Sicherheit sehr nützlich ist und vielleicht sogar ganz zum Ende hin Richtung Endgame. Als nächstes gibt es Tempered. Auch das ist bekannt und zwar rüstest du damit nur zwei Platten aus. Jede Platte gibt dir 75 Leben, sodass du halt auf deinem volle 150 Leben kommst bei den Platten, nur einfach weniger Animationen hast und dadurch dir gerade in den Nahkämpfen ziemlich viel Zeit sparst. Combat Scout ist dann das nächste Extra. Auch das kennen wir schon und zwar ist das dieses, wenn du den Gegner anschießt, dass er automatisch gepinkt wird. In Warzone 1 war es so, dass teilweise sogar die Gegner hinter Wänden dann aufgeleuchtet haben. Also du hattest so eine rote Umrandung, dass du genau wusstest, wann der Gegner wieder piekt. Ich bin gespannt, ob sie dieses Feature auch mit übernehmen werden. Haben wir jetzt hier in dem Blogpost nicht stehen, aber zumindest das automatische Ping mit Combat Scout ist wieder zurück. Shrouded finde ich ein richtig gutes Extra. Es hört sich ziemlich praktisch an, denn jeder kennt die Situation aus Warzone 2, die typische Smoke-Meta. Ein Teammate ist genockt, liegt am Boden und was machen die Teammitglieder? Schmeißen gleichzeitig die Smoke-Granaten rauf, damit dein Teammitglied nicht gefinisht wird. Zusätzlich kannst du dich dann relativ gut zum Mate hinbewegen, den wiederbeleben und stehst dabei gesichert im Rauch. Dieses Extra sorgt dafür, dass du automatisch, wenn du genockt wirst, eine Gasgranate fallen lässt und komplett im Rauch eingehüllt bist. Eine ziemlich coole Idee. Ich bin gespannt, wie es sich spielen lässt. Das Extra Resolut hört sich auch ganz gut an. Wenn du angeschossen wirst, hast du einen kleinen Movement Speed, also bewegst dich schneller und kommst klar natürlich dann relativ fix um irgendwelche Ecken rum, wenn du gerade eine Straße überquerst und zum Beispiel ein ganzes Team gleichzeitig auf dich am Schießen ist. Das Extra Mountaineer hört sich eigentlich perfekt an, um die neue Karte zu erkunden. Denn dadurch nimmst du weniger Fallschaden. Und gerade zu Anfang hat man noch nicht so das Gefühl, von welchen Gebäuden man eigentlich gut runterspringen kann beziehungsweise sich fallen lassen kann, ohne vollständig zu sterben. Dieses Extra verhindert es, beziehungsweise du nimmst weniger Fallschaden. Mit dem neuen Extra Stalker hast du einen höheren Strafe Speed. Also wenn du im Zielfernrohr bist, kannst du dich schneller von links nach rechts bewegen. Das Extra Escapeist ist dafür da, dass du dich schneller bewegen kannst, wenn du genockt am Boden liegst, beziehungsweise wenn du in der Hocke bist und dann läufst. Also ziemlich praktisch, wenn du jemand bist, der als erstes immer reinrennt, super schnell genockt wird, aber noch fix um eine Ecke kriechen möchte, damit er nicht gefinisht wird und sich so in Sicherheit bringt. Das Extra beschleunigt das Ganze. Eine ziemlich interessante Idee. Primed ist ein Extra, das perfekt für alle Nahkampffspieler geeignet ist oder für diejenigen, die sich sehr viel und schnell hin und her bewegen. Denn damit ist eine Genauigkeit besser, wenn du am Springen bist. Also du visierst an und springst hin und her. Damit hast du dann automatisch eine bessere Zielgenauigkeit. Zuletzt haben wir dann noch Faculty. Und du hast sorgt dafür, dass wenn du zum Beispiel durch Claymores läufst, die automatisch etwas später gezündet werden. Du hast eine höhere Wahrscheinlichkeit, von irgendwelchen Explosivgegenständen wegzukommen. Auch das kann in Häuserkämpfen sehr gut sein. Das war es erstmal mit den Extras. Jetzt haben wir dann noch einen neuen Gulag. Der sieht folgendermaßen aus. Ist natürlich an den ganz alten Oldschool Gulag von Warzone 1 angelegt. Ich bin mal gespannt, wie der sich jetzt dann zukünftig spielen lässt. Das war es erstmal rund um die wichtigsten Informationen, die uns bald in Warzone 3 am Mittwoch erwarten werden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls es so war, nicht vergessen zu abonnieren, den Daumen nach oben da zu lassen. Bis zum nächsten Video. Haut rein! Tschüss! قيatops